So Leute, jetzt passt mal auf. Ihr klebt die Dinger richtig fest, richtig so, dass es hält. Bisschen höher, Tom. Bisschen höher, ja genau. Und dann richtig festpappen. Schaut, wie beim Ferdinger. Da geht nichts mehr. Und so werden uns die Lederhosen in Berlin diesmal nicht ausgezogen. Die Hosen sind vorbereitet, wir freuen uns auf das größte Spiel der Vereinschaft. Am 24. November im größten Volleyball-Tempel Deutschlands in Berlin. Es wird geil.